So, weiter geht's heute mit Wegfers und wir machen heute mal ein bisschen Demolition Racing, würde ich sagen. Wenn das möglich ist, wenn er sagt, jo, is. Okay, machen wir. Starten wir rein in dieses kleine Event hier. Dann schauen wir einfach mal, wie das läuft. Ja, geht auf jeden Fall wieder ein bisschen weiter hier mit Wegfers. Ich freue mich drauf, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ach, wir haben einen 1 gegen 1 Duell, den Cannonball. So, das Rett auf Position 1 beenden, das heißt, ich muss ihn also wegfressen, wenn es möglich ist. Oh, tschüss. Hat sich hier auf jeden Fall auf die Strecke getreten und sagt, ihr werdet, der bleibt jetzt eh wieder drin hängen. Der ist der Handler gewesen, das sind über 6 Runden, Leute. Also, dem habe ich schon mal mitgegeben. Ich wusste ihn natürlich, klar, um mir die Chance ein bisschen zu erhöhen. Hier habe ich ihm ja den Schlag gegeben. Also, drei Runden sollen man in Führung bleiben. Das hoffe ich, dass wir das hinkriegen. Boah, die Karate ist aber auch ziemlich fies zu fahren. Ja gut, das sind nur 6 Runden, deswegen sind diese 3 Runden Führung durchaus machbar. Runde 2 in Führung. Dann haben wir ja mal die Zeit rausgeholt. So, dann haben wir gleich also die Aufgabe abgeschlossen. Nicht jetzt. Das ist nur die eine Aufgabe. Ja. Na, knapp nicht. Keine Schätze Runde gefahren. Das war jetzt auch so. die 60 sekunden gehen wir mal ein bisschen gas damit wir vielleicht 21 sekunden das gibt eine neue zeit wir gehen in unsere letzte runde und er hat gut geschäft an der seite ich denke mal das ding mal so ohne probleme nach hause holen das haben wir dann auch gut hinbekommen gewonnen und mit dem boom er ist rocken wir das ding so so challenge samba dog so ist das ding wir haben aber noch ein event das war auf jeden fall heute noch fahren viel haben wir auch nicht mehr in dieser serie hier challenge the co auch nein bitte nicht was brauchen wir für ein auto dass wir raten heck antriebe nein ich will die scheiß ich will die scheiß dinge da nicht nein 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 herzhaft jetzt aber wir müssen es tatsächlich fahren mit mir mit dem auto super geil da habe ich jetzt bock drauf so also fahren wir es irgendwie ich hatte so gehofft hat das ach 24 glaube ich raten wir haben jetzt 23 tracts hinter uns geil naja solange ich mir jetzt nicht da irgendwie groß da in die reihe komme Ob ich sie in die Nähe von den Trucks kommen ist mir das in dem Moment relativ ruhig. Aber ich verliere, dass einer schon an meiner Wacke ein bisschen dran klebt an mir. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, wenn ich hier nicht irgendeine Scheiße mache. Ja, drei Runden hier vor den Trucks zu halten, muss man halt irgendwie möglich sein. Oder muss halt machbar sein. Boah, der eine hängt aber schon ganz von der Hand. Der kommt nämlich jetzt mit ordentlich Überschuss. Scheiße, 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 scheiße. Der klingt mir nur was von der Arscheltyp. Hau ab von mir, jetzt ist viel Ruhe. Alter, ich bin nur so'n scheiße, scheiße, Slipman. Verpiss dich, Alter. Hau ab. Oh. Alter. Ich hab nicht gerade... Das Problem, ich hab einen an der Backe kleben und der gebe mir gerade ein bisschen Zähne. Und da hab ich den Fehler eingebauten. Och, Alter, das sind drei oder so. Aber die haben ja eigentlich alle in der Backe. Ich hätte sowieso nicht viel überleben von dem Auto. Mit dem Auto. Ja, geht's gleich in die letzte Runde, liebe Leute. Ja, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir durch den Fehlern natürlich ein bisschen was verloren. Aber man muss jetzt immer wieder... Jetzt müssen wir uns immer vorbeidrehen drücken in der letzten Runde. Ja, ich hab' eine Überraschung. Werde, das braucht eine Position 1 und jetzt bin ich Zip da momentan sogar nur. Weil solange die sich da hinten selber... So, jetzt bin ich wieder Vierter. Aber ich hab' drei aber noch vor mir. Ich drück mich da locker noch vorbei an den Jungs. Boah, wenn ich Glück hab, krieg ich die noch. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich da mich wegkann bin. Mich wegkann bekommen ist. Kann ich mich hier mit dem letzten Meter noch ins Ziel retten, das Ding hier noch nach Hause fahren? Es ist sehr eng. Es reicht. Ich gewinne die Steady Trucks mit den Slamvan, Alter. Boah. Ich bin super, Entschuldigung. Aber das ist egal. Wir haben es gewonnen. Es war knapp, aber... Es hat dann funktioniert. Gott sei Dank, ey. Glück gehabt. Ja. Cool. Gerade so. Challenge the Convoy. Ja, das haben wir auf... Ich hab' ein bisschen mit Challenges zu tun gehabt. Das sehen wir. Und da... Ja, wir haben noch einen Teil hier oben. Und das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Und da... Tschüss. met